Okay, es sind einige von den schwierigsten Blends für die Werkschreibwörter mit R an zweiter Stelle. Deshalb habe ich das hier oben gemacht mit R in rot, 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 dass du nie R vergisst. Oh, yikes! Und hier ist ein Fehler. Ich habe manche Ehrs falsch gemacht, dass sie wie ein N aussehen. So, jetzt kannst du das besser sehen. Dann habe ich, damit es leichter ist, die Wörter in Gruppen verteilt. Die A-Wörter brauchen draußen. Wir brauchen es, jeden Tag draußen zu gehen. So, das sind die A-Wörter. Pass auf B und D. Und du weißt, dass er an zweiter Stelle ist. Ich muss das nicht immer wieder sagen. Das Problem hier ist Au. Okay, Au. Das ist das Problem. Vier Wörter haben I, I oder I. Oh, jeiks, ich habe einen Fehler gemacht mit der Farbe. Orange ist für I, I oder ich. Ich mache Fehler, weil ich helfe Kindern in China, Englisch zu lernen. Und sie benutzen andere Farben für die englischen Buchstaben. Das ist okay. Okay, so, hier sind die Wörter. Mit PR und I, 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 I. Prima. Grinsen. Das ist Grinsen. Kriegen. Ein anderes Wort für bekommen. Wir kriegen zwei Schokoladenstücke. Und der Prinz. Ihr wisst, was das ist. Die zwei O-Wörter sind Cro-Co-Deal. Oh, jeiks, noch ein Fehler. Kinder mag das nicht. Es hat zwei O's. Cro-Co-Deal. Und Großeltern. U oder Ü ist der Bruder. Jeder weiß, was das ist. Und drücken. Drücken ist, ich drücke auf den Knopf, damit es klingelt. Ich drücke meine Finger zusammen. Diese sind gar nicht schwierig. Nur immer ein R bei jedem Wort. Zwei O-Wörter. Zwei O-Wörter. Vier mit I oder I. Und eins mit U. Eins mit Ü. Und ich habe keine Geschichte oder Sätze damit geschrieben. Warum? Well, mein Gehirn funktioniert nicht so gut heute. So, über die Rektschreibwörter und schreibt eure eigene Geschichte über, ich weiß nicht, ein Prinz, der kämpft gegen ein Krokodil. Sein Bruder ruft die Großeltern an. Sie brauchen dem Prinz zu helfen. Er ist draußen. Sie kriegen ein Netz und fangen das Krokodil. Das Krokodil grinst. Und sie drücken das Netz auf das Krokodil. Nehmen ihn fest. Und alles ist prima. Das habe ich einfach spontan ausgedacht. Aber ihr könnt eure eigenen Geschichten schreiben oder erzählen. Mit ein Prinz, ein Krokodil, sein Bruder und die Großeltern. Und dann die anderen Wörtern auch dazu. Viel Spaß. Viel Glück. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.